Wer auf der Suche nach einem leistungsfähigen Heimkino-Projektor ist, der könnte mit dem ESA H6546K einen sehr vielversprechenden Kandidaten gefunden haben. Dieser DLP-Bearmer aus dem mittleren Preissegment verspricht dank seiner 5200 Lumen Helligkeit und Full HD 1080p Auflösung ein wahrhaft cineastisches Erlebnis. Doch fangen wir von vorne an, der H6546K überzeugt bereits mit seiner flexiblen Aufstellung. Dank manueller Trapezkorrektor und verschiedenen Projektionsmodi lässt er sich sowohl auf einem Tisch als auch an der Decke montiert nutzen. Die Projektionsdistanz reicht von 1 bis 10 Metern für eine Bildgröße bis 300 Zoll. Die 3D-Funktion ermöglicht zusammen mit einer DLP-Link 3D-Brille zudem ein räumliches Seherlebnis. Hinsichtlich der Anschlüsse ist der Beamer ebenfalls gut aufgestellt mit zwei HDMI 1.4a-Eingängen, Audio-Ur und sogar einem USB-Anschluss. Das Highlight ist jedoch zweifelsohne die außergewöhnliche Bildhelligkeit und Schärfe. Mit 5200 Lumen leuchtet das Full HD-Bild selbst bei Tageslicht nach eine Leistung, die bei Heimkino-Projektoren in diesem Preisbereich durchaus selten ist. Die Farben wirken dank Farbverstärkungstechnologien wie Kala Bose 3D natürlich und kontrastreich. Kleiner Wermutstropfen ist die etwas lautere Lüftung, vor allem bei Volllast. Insgesamt aber ein mehr als solider und vielseitiger Beamer der nicht zuletzt durch WLAN-Konnektivität und eingebauten Lautsprecher zu überzeugen weiß. Besonders für große Räume und Heimkino-Enthusiasten eine absolut empfehlenswerte Wahl.